Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Vor 225 Jahren wurde in Wir an der Unstrut Leopold Ranke geboren. Das ist der Mann, den man später König der Historiografie nennen sollte oder auch wegen der Eleganz seiner Texte Goethe der historischen Muse. Mit diesen Titeln allerdings ist Ranke genau das passiert, was er seiner Zunft eigentlich gerne austreiben wollte, nämlich das Stricken von Mythen, das Überhöhen, das Ikonisieren. Seine Grundsätze waren lange gültig für die Geschichtsschreibung und die Geschichtsforschung, auch wenn sie inzwischen von Neueren überholt und relativiert wurden. Wie Ranke die Geschichtsforschung revolutioniert hat seinerzeit. Das erzählt jetzt Conny Wolter im Kalenderblatt von Hartmut Schade und das beginnt nochmal mit Rankes zentraler Kritik. Die Historie wird immer umgeschrieben. Jede Zeit und ihre hauptsächliche Richtung macht sie sich zu eigen und trägt ihre Gedanken darauf über. Danach wird Lob und Tadel ausgeteilt. Doch genau so will Leopold Ranke Geschichte nicht betreiben. Nicht mit dem Blick von heute die Vergangenheit beurteilen, sondern Sechs Worte, die die Geschichtsschreibung umkrempeln und den bis dahin unbekannten Oberlehrer aus Frankfurt an der Oder schlagartig bekannt machen. Doch der biografischen Reihe nach. Leopold Ranke studiert in Leipzig Theologie, Philologie, Literatur und Philosophie. Wird Geschichtslehrer in Frankfurt an der Oder. Bald Nerven, Provinz und Arbeit. Rankes Ausweg. In den Ferien schreibt er aus den Unterrichtsvorbereitungen die Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535. Dazu eine Beilage. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber. In ihr wagt der unbekannte Geschichtslehrer aus der preußischen Provinz einen Generalangriff auf die Historikerzunft. Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen. So hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht. Stattdessen sagen, wie es war. Das geht aber nicht, plappert man nur nach, was frühere Geschichtsschreiber erzählten. Man muss zu den Quellen gehen. Akten, Parlamentsprotokolle, Flugschriften auswerten. Wollte ich etwas leisten, so war es unerlässlich, in den Archiven selbst Aufklärung und Belehrung zu suchen. Sie wurden bisher streng verschlossen gehalten. Archive gelten bis dato als Hüter von Staatsgeheimnissen. Mit Unterstützung der preußischen Regierung öffnen sich nun die Archivtüren für Herrn Professor Ranke. Den Titel, Nebstberufung an die Berliner Uni, bringt ihm sein Erstling ein. Schnell erscheinen weitere Bücher aus Rankes Feder. Die Geschichte Deutschlands im Zeitalter der Reformation, die Geschichte der Päpste und Bücher zur englischen, französischen, preußischen, aber auch serbischen und türkischen Geschichte. 63 Bände werden es bei seinem Tod sein. Und für alle gilt, strenge Darstellung der Tatsachen, wie unschön sie auch seien, das ist das oberste Gesetz. Objektivität ist zugleich Unparteilichkeit. Rankes Methode, Quellen zu nutzen und kritisch zu hinterfragen, stellt die Historiografie auf ein neues Fundament und macht sie überhaupt erst zur Wissenschaft. Er wird damit zu einem der Väter der Geschichtsschreibung, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika und Großbritannien. Und was die, vor allem von den Epigonen behauptete, Unparteilichkeit und Objektivität der Geschichtsschreibung angeht, da ist Ranke selbst kritischer. Ich stelle da ein Ideal auf, von dem man mir sagen wird, es sei nicht zu realisieren. So verhält es sich nun einmal. Die Idee ist unermesslich, die Leistung ihrer Natur nach beschränkt. Von der vermeintlichen Objektivität des Beschreibens, wie es war, hat sich die Geschichtsschreibung verabschiedet. Lernen kann sie noch immer von Ranke. Der Walter-Scott-Fan verstand es, Geschichte anschaulich zu erzählen. Das macht seine Bücher bis heute lesenswert. Das macht seine Bücher bis heute. Vielen Dank.